Runddrehen wird, werden wir hier das erste Tor sehen. Der erste Treffer. Die Zaubermaus flitzt und Mick Schumacher trifft, Moscher, Schumacher und 2-0. Wir sind heute, auch mit Menschen zusammen zu sein, immer wieder eine wunderbare Begegnung. Und er kann auch als Torwart, der es mitgemacht hat, wenn er geschont werden muss, aus Verletzungsgründen. Und Nowitzki fliegt und lebt. Sensationell. Roschlein-Moment. Der Hilde. Und jetzt ist er geschlagen. Jetzt ist er geschlagen. Jetzt ist er geschlagen. Bis zum nächsten Mal.